Im letzten Video war zu sehen, wie Anuki und ich nach Portugal gereist sind und wie wir in unserer außergewöhnlichen Unterkunft angekommen sind. Wir haben uns sofort wohl gefühlt und ich konnte direkt anfangen, meiner Mission hier nachzugehen. Wir sind in Portugal und bevor wir gleich zu unserer kleinen Tour aufbrechen, gehe ich hier einmal durch unseren Bungalow. Der sieht so aus wie der hier hinten. Hier geht es rein. Hier ist der Eingangsbereich, hinter mir die Tür und jetzt stehe ich quasi schon mitten im Wohnzimmer. Das ganze Haus ist in einem Hexagon gebaut, also nahezu rund. Deswegen gibt es hier nicht wirklich einen Anfang und ein Ende. Hier ist der Eingang. Dann geht es hier in den Wohnbereich und dann geht es hier zum Essbereich. Luki zieht mich gerade aus. Es ist hier alles sehr offen. Und ja, das Einzige, was wirklich abgetrennt ist, ist hier. Das hier ist die Küche. Hier gibt es alles, was man so braucht. Es gibt auch fließend Wasser. Ich glaube, das kommt aus einem Regenwasserspeicher. Hier gibt es nämlich auf dem Gelände einen Riesensee. Und ja, ich habe mich hier ein bisschen eingerichtet, habe hier ein bisschen umgestellt. Das hier ist ein Ofen, den habe ich noch gar nicht benutzt. Hier einfach ein bisschen Essen für uns. Pfannen, Töpfer, kochen geht natürlich auch auf eine Herdplatte. Hier läuft alles mit Strom. Ich brauche also kein Gas oder so, aber es ist komplett off-grid. Also es gibt keine Verbindung zu irgendeinem Stromanbieter oder so, Netzbetreiber. Sondern läuft über eine eigene Solaranlage auf dem riesengroßen Grundstück hier. Und ich heize sogar auch mit Strom. Steht hier neben dem Eingangsbereich eine Heizung. Das ist so ein Radiator. Ist gerade, glaube ich, schlecht zu erkennen. Das ist zwar nicht so gut, um schnell mal richtig aufzuheizen, aber für die Nacht ist es super, weil das die Wärme einfach speichert. Es gibt aber noch eine Heizmöglichkeit oben. Das sehen wir auch gleich. Und hier geht es ins Bad. Licht gibt es natürlich auch überall. Hier hat alles übrigens so einen schönen Steinboden. Und das ganze Haus ist sonst aus Holz und Lehm, also Maturmaterialien, gebaut. Und hier, wo es so in den Nassbereich geht, sind die Steine einfach versiegelt. Das Holz natürlich auch, das ist alles eingelassen. Barschbecken in einem Baumstamm. Mega schön. Was ist das? Eine Eiche, eine Kork-Eiche? Sieht mega schön aus. Hier, ich meine Reinigungsmittel stehen, weil der Nuki da nicht hinkommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber es gibt sogar eine Toilette mit Wasser, mit Spülung. Ich dachte, hier gibt es wahrscheinlich eine Kompos-Toilette oder so. Das ist echt angenehm hier. Und ja, hier ist die Dusche. Jede Kleinigkeit, jedes Detail hier sieht einfach nach was Besonderem aus. Alles strahlt Liebe aus. Alles ist handgemacht. Ja, nur so Kleinigkeiten wie sowas zum Beispiel oder die Deko hier an der Wand. Der Tisch wurde auch gemalt. Mega schön. Gehen wir hoch? Kommst du mit? Geh mal nach oben. Ich lasse sie hier nicht alleine hochgehen. Hier ist nämlich keine Absperrung oder so. Aber wenn ich dabei bin, kann sie da schon ganz selbstständig hochgehen. Zeig uns mal das Bett, Anuki. Ja, das ist das Bett. Das ist sehr bequem, sehr groß. Mega dicke Matratze, was ich cool finde. Das besteht einfach nur aus Pappe. Also, das ist da voll gut. Auslüften, Luft zirkulieren. Ja, hier ist nur das Nötigste. Stauraum, noch mehr Decken. Kleine Lampe. Hier gibt es auch Licht. Hier in der Mitte, diese Decke. Wow, sieht so schön aus. Die ganzen Details, in denen so viel Liebe steckt, meine ich sowas wie hier, sieht es so aus. Also überall am Dach. Als ob jedes Abteil aus dem gleichen, also die Bretter von jedem Abteil aus dem gleichen Baum stammen. Die haben nämlich alle die gleiche Maßerung. Aber eben immer nur ein Abteil. Und dann kommt eins, das anders aussieht. Und hier sieht auch wieder ganz anders aus. Hier gibt es Holzboden. Das Kinderbett, das stand hier anders. Aber ich habe es mir jetzt mal hier dazu gestellt, falls die Kleine mal hier rauspurzelt. Wir schlafen nämlich zusammen im großen Bett, dass da nichts passiert. Und hier an der Kante habe ich auch immer was, damit sie da nicht runterfallen kann. Und der Koffer steht normalerweise auch hier unten als Rausfallschutz. Und das hier ist die zweite Heizung. Das sieht so aus wie ein Ofen. Ist aber keiner. Auch wenn es die Optik hier gibt. Mega gemütlich abends. Das ist einfach ein Heizlüfter. Der hat zweimal 900 Watt. 1800 Watt. Also richtig Vollgas. Ich benutze den meistens nur auf ungefähr 25 Prozent oder so. Der heizt hier ordentlich ein nachts. Hier noch ein bisschen Garderobe. Ich hänge hier meistens die Sachen auf, die ich gern trocknen möchte. Wie ihren Schlafsack und Handtücher und sowas. Kurze Stillpause. Dann habe ich noch die Gelegenheit, noch was zu erzählen. Der Bungalow steht hier nämlich auf einem riesengroßen Gelände mitten in Portugal. Und hier ist wirklich nichts außenrum. Es sind glaube ich zwei Kilometer über so eine Dirtroad bis hierher. Und auch außenrum sind nur Dörfer. Also es ist total schön hier. Ein bisschen hügelig. Und das ist ein großer Fluss hier in der Nähe. Der auch fußläufig erreichbar ist. Wo man baden kann. Ich bin hier nicht nur für eine Woche oder so. Sondern ich bin hier ein bisschen länger. Bin mit Nuki hier unterwegs. Und ja, freue mich auf die Zeit hier. Genieße es schon total hier zu sein. Es wird noch eine ausführlichere Tour hier von dem Haus geben. Wahrscheinlich sogar von dem ganzen Gelände. Das ist nämlich wirklich riesengroß. Und es gibt hier einiges zu sehen. Es gibt noch andere Gebäude hier, die auch so gebaut sind. Aus Lehm. Es gibt viel Wasser. Es gibt Ruinen. Es gibt einiges zu sehen. Und es ist mega interessant, finde ich. Wie das Ganze hier gebaut ist. Und was da dahinter steht. Falls das auf einem anderen Kanal online geht, werde ich das auf jeden Fall auf meinem Telegram-Kanal posten. Der heißt Ink Harmony. Es ist schwierig, mit diesem Auto die Kamera zu platzieren. Wir haben hier so einen Opel Corsa. Einen ganz neuen. Der sich echt gut fahren lässt, muss ich sagen. Bin sonst kein Opel-Fan. Aber mit dem ist es ganz angenehm. Ich merke nur nicht, wenn er hochdreht, weil er einfach so leise ist. Wir haben eine Mission hier in Portugal. Und ja, da wo wir jetzt hinfahren, das ist ein Teil davon. Oh, ich sehe einen Berg. Oh, er hat auch gerade aus. Also, ich dachte, ich bin schon vorbeigefahren. Hier soll es runtergehen. Oh, weh. Oh, weh. Okay. Let's try. Okay, das ist kein Weg, der gefahren werden sollte. Aber ich glaube, ach komm, wir laufen einfach. Ich fahre jetzt hier mal rückwärts wieder hoch und wir können uns ja den anderen Weg zu Fuß angucken und dann immer noch runterfahren. Ich glaube, das ist nämlich der kürzere Weg dorthin. Und so, wir bleiben hier stehen, Anouki. Du kannst auf meinem Arm schlafen ohne Trage. Ja. So, los geht's. Und so lange kann ich ein bisschen erzählen, um was es hier überhaupt geht. Ich habe versucht, nicht so ein Riesengeheimnis draus zu machen, aber ich wollte es einfach noch nicht verraten, bevor ich überhaupt mal angefangen habe. Wow, ich bin gerade nur wieder rachlos wegen dem Ausblick. Es ist unglaublich schön. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Wow. Hier lässt sich so weit sehen. Und hier ist es ultra steil. Ich bin doch ganz froh, dass wir da nicht lang gefahren sind. Es hat hier auf jeden Fall mal gebrannt, so wie es hier aussieht. Wir laufen zwar noch ein großes Stück, aber hier ist wirklich alles Eukalyptus. Ich sehe gerade an den Bäumen, ich glaube, diese Korkeichen haben alle einfach einen schwarzen Stamm unter dem Kork. Wenn die abgeerntet wurden, sehen die aus, als wären die verbrannt. Ich glaube, es lag gar nicht daran, dass es hier mal gebrannt hat. Runter geht's. Ich glaube, hoch wird ein bisschen anstrengender mit der kleinen Maus. So müde. Komm. Ich bin total erstaunt, wie gut das mit der kleinen klappt. Auch die Flüge. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich glaube, ich habe gefühlt, dass alles gut geht. Und das ist bei mir, das ist ja generell so, wenn was das Richtige ist und man fühlt, dass es das Richtige ist, dann nimmt man da auch alle Hindernisse in Kauf und zerbricht sich da eben gar nicht den Kopf drüber. Ist nicht so viel im Verstand, sondern hört aufs Gefühl und dann wird sich alles von alleine fügen. Und es haben sich vor dieser Reise schon und auf dieser Reise so viele Dinge einfach gefügt, die ich gar nicht so gut hätte planen können. Und auch heute wieder. Es klappt so gut. Und ihr geht es so gut, seit wir in Portugal sind, seit wir da in der Lehmhütte wohnen, ist sie so viel ausgeglichener. Sie kann den ganzen Tag rausgehen. Es ist nicht kalt. Es reicht eine dünne Jacke. Mit einer Trage wäre es jetzt natürlich noch einfacher. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich werde sie jetzt gleich wieder hochnehmen, wenn sie richtig eingeschlafen ist. Und dann geben wir hier das letzte Stück noch. Ich hatte in den letzten Tagen so viele Momente, wo ich einfach nur da saß und einfach nur dankbar war und mir fast die Tränen gekommen sind, weil es sich so richtig anfühlt, hier zu sein. Genau das zu machen, was ich gerade mache. Und wenn es das Richtige ist und wenn wirklich nur nach dem Gefühl gehandelt wird und auf das Herz gehört wird und man sich einfach treiben lässt, dann fügt sich alles von ganz allein. Dann gibt es keinen Widerstand und es wird alles gut. Okay. Hier riecht es auf einmal total süß. Ich weiß nicht, ob das diese Pflanzen hier sind. Auf jeden Fall gibt es hier auf einmal ganz viele davon. Krass, da wächst einfach sogar ein Kaktus. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zum Wiedermachen. Da ist man das ein bisschen besser. Das ist die eine Ruine. Hier sind die Flachzege. Das ist super. Ist halt alles komplett zugewuchert, aber tatsächlich nicht so viel Eukalyptus, wie ich dachte. Und hier ist sogar eine Terrasse gemauert. Wände sehen super stabil aus. Hier sind noch viele Steine zum wiederaufbauen. Wow, okay. Hier ist alles zugewuchert. Ich suche ja noch Potenzial und nicht noch was Fertiges. Ich werde zugewuchert. Bleib genau da stehen, Stopp! Hier sind ganz viele Dornen, dann bleib da stehen. Ich mach hier mal den Weg frei und dann können wir uns die zweite Ruine angucken. Du machst das toll! Nicht so viel strampeln, sonst bleibst du hier in den Dornen hängen. Okay, ich glaube wir haben es geschafft. Hier. Ja, ich glaube ich sehe das Haus. Jetzt kannst du selber laufen. Und ich sehe einen Zitronenbaum. Komm, wir holen uns eine Zitrone. Wow, hier ist es schön. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Zitronenbaum sehe. Kommst du mit? Geht auch. So, hier. Wald. Ja, guck mal hier ist ein Zitronenbaum. Wow, sehen die gut aus. Ich glaube es ist gerade die perfekte Zeit, um Zitronen zu ernten. Hältst du die fest? Wow. Richtig alter Zitronenbaum. Und noch einer. Neben der Kinta Ruine. Hier hat wohl mal jemand gelebt vor einer Weile. Wow. Wow. Ruin. Ich weiß noch nicht viel über dieses Haus, aber ich weiß, dass es wohl auf einem Felsen steht. Hier ist der Felsen. Und wir gucken da jetzt mal rein. Das Dach sieht alles andere als vertrauenseigten Ast. Okay, krass. Du hast sogar einen Keller. Ich passe nur ein bisschen auf, weil das hier wahrscheinlich schnell einstellt. Ich bin gleich wieder da. Das Dach muss natürlich komplett runter. Hier ist der Fels. Die Terrasse sozusagen. Stopp. Stopp. Ja. Viel, viel, viel Arbeit, aber auch sehr viel Potenzial. So. Ja, ich komme schon wieder. Alles gut. Anu. Und wir sind jetzt auch zum Beispiel für heute hier. Anuki, da können wir nicht reingehen. Das Haus ist ja nicht fertig. Okay. Neuer Tag, neuer Versuch, neue Strecke. Das ist jetzt der andere Weg. Der kommt von der anderen Seite und geht durch den Wald und ist sogar kürzer. Ja. Ja. Da sieht es auch matschig aus, aber ich glaube nicht. Mama. Oh no. Okay. Das war nicht die beste Idee. Das ist viel tiefer als ich gedacht habe. Oh no. Mama. 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 Hm. Mama. Ja. 회복es ya. Mama. Hm. Mama. Ich bin schon Popeyes. Komm schon, komm schon, komm schon, ein bisschen fehlt noch. Komm zurück. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Das wäre echt horrid. Ich habe mich gerade bei Anuki bedankt, weil sie so toll mitmacht. Puh, das war gerade. Ich habe in Gedanken, bin ich schon zum nächsten Ort gelaufen, habe jemanden gesucht, der mich da aus dem Schlamm ziehen kann, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe ein paar Eukalyptusäste unter die Reifen gelegt und es war zum Glück nicht mega tief, es war einfach nur saurutschig. Und jetzt stehen wir tatsächlich direkt am Grundstück. Nach der ganzen Aufregung habe ich mir noch mal alles ganz in Ruhe angeguckt. Zum Beispiel, wo die Quellen genau sind, also wo Wasser auf dem Grundstück ist, was für Bäume und Sträucher da wachsen, wie groß das Gelände überhaupt ist. Ich bin mal die Grenzen abgegangen. Die Ruinen habe ich mir auch noch mal genau angeguckt. Die sind beides sehr, sehr alt, was ich total schön finde. Die können wieder aufgebaut werden. Da ist natürlich einiges zu tun. Aber am wichtigsten, ich habe mal reingefühlt, wie sich das Land anfühlt und die Umgebung und Nuki gefragt, was sie davon hält. Sie hätte da auf jeden Fall mehr als genug Platz, um sich auszutoben und es ist Potenzial da für viele, viele Herzensprojekte von mir. Es war nur eine Besichtigung und vieles ist noch ungewiss. Aber wie es damit weitergeht, ist dann beim nächsten Mal zu sehen. Bis bald! 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 Bis bald!